Yo, Leute und willkommen in der Runde Skyros auf der Map Western und ich weiß nicht, oh, what the fuck, also ich spiel gerade die Map zum ersten Mal und deswegen bin ich noch ein bisschen bewirrt, wo es für was geht und wo ich mich gerade wieder an meinen Assassin-Kit gewöhnen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, alleine lohnt sich das, hier, wer ist das Mushroom-Kit für mich nicht und deswegen spiel ich jetzt mit dem Assassin-Kit wieder und ja, so, ich nehme heute alleine auf, habe irgendwie keinen gefunden und bin jetzt auch das erste Mal wieder seit ein paar Tagen am RT, deswegen, naja, nicht wundern, wenn ich noch ein bisschen scheiße Spiele, irgendwas, eh, tue ich halt immer am Level, wenn man gerade nicht gespielt hat, in so lange Zeit, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach keine Ahnung, bitte, dann habe ich noch eine Ahnung, so und hoch warum fragt er den Scheiß kaum an was blut denn das wenn ich jetzt schon dabei bin die Angel macht er vielleicht nicht zeigen sollen ich glaube der hat es eh nicht gesehen ach ach doch und ja wir sehen das Spiel gerade mit meinem schönen Purple Pack weil es irgendwie immer noch richtig schrottisch ist finde ich aber schön gut gemacht hat er nicht von mir ist und unten er ist der Kill und da kommt auch der zweite ich weiß das war ein bisschen mies so ein Kill aber ich bin halt nicht sehr gut okay und das weiter bleibt von mir mann warum ist der klar ist ich würde so gerne hoch so und ich habe den Brustbein zerfüllt mir gerade mal auf warum mischt ich dir nicht ja ich hab hier von unten scheiß voll die auch ich hab hier von ne Kolosseum Tüte liegen egal erstmal so dumme ja die hat mich grad irgendwie genervt einfach nur mit dem komischen knack Geräusch ja komisch ich frag mich grad nicht bitte was das heißt ihr dürft aber irgendwie wissen was das heißt ok ich bin grad richtig ja die haben halt einfach schon Wege überall hin und ich bin halt einfach nur hin zu weil hier ist ja noch keiner dann könnte einfach von Base to Base gehen ok da scheint grad keiner zu sein und ja ich hab auch ein kleines Thema und zwar Thumbnaid Design suche ich das was was ich suche ich bin ich dachte grad schon her warum will ich bei meinem geilen Banner ein neues haben ja ich bin eingefallen ups ja ich hab einfach ein Banner ich brauch Thumbnaids weil meine sind zwar schon irgendwie gibt's halt so nicht also der soll halt von keinem benutzt aber ich will trotzdem schon irgendwie einen mit Skin haben weil keine Ahnung fällt mir irgendwie ein bisschen besser und ja da wollte ich halt mal irgendwen fragen der am besten auch nen Bogen rendern kann weil ja ich spiel halt gerne mit Bogen und dann würde ich halt auch schon gerne ein Thumbnail mit nem Bogen drauf haben und sie können halt nur sehr wenige unter und da wollte ich halt mal fragen ob ihr irgendwen kennt oder ob ihr es vielleicht selber machen könnt ich würd dafür auch ne 5 bar PSC hinlegen mehr hab ich schon unter leider nicht äh ja könnt mir einmal in die Kommentare schreiben wenn ihr wen kennt oder es selbst macht wäre auf jeden Fall ganz nice so dann mach ich mir ok ich mach 2 FMS weil dann kommt man immer ein volles ich zieh immer auf das volle ab ach na besser ich hab's nicht gesehen ne ne komm her los bin jetzt mit der enderpilligen komm ich kacken alles genau ok das war scheiße ich gucke jetzt nochmal kurz den anderen Menschen, wo sind die? da oh Gott, der ist uns sprach äh, mir hä, wo ist denn der? hä? also da ist der, wo ist der Gravity? hä, der ist da unten ah, da also ich zeige euch jetzt noch den Endkampf den hinterlege ich jetzt mit ein bisschen Musik würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat lasst ein Dislike da und wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann, ciao Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020